Und wenn ich das Mikro schon habe, werde ich auch gleich den dritten Lightning Talk noch übernehmen. Das bin nämlich auch ich. Wikimedia Österreich hat ein neues Büro in Wien. Wir sind von 7. in 8. Bezirk umgezogen. Ist jetzt etwas größer und noch ein bisschen fescher und hat einen Gassenzugang. Und wir möchten gerne eine kleine Housewarming Party machen. Also ganz informell, ist überhaupt nicht super fancy. Aber wer am Samstag, den 11. Februar, vorglühen möchte, bevor er irgendwie weggeht in Wien oder sonst nichts vorhat und überhaupt mal neugierig ist, kann gerne vorbeikommen. Es wäre schön, wenn ihr uns eine kurze E-Mail schreibt, falls ihr das vorhabt. Ich habe es auf Flipchart geschrieben, verein.wikimedia.at, damit wir eine grobe Einschätzung haben, wie viele Leute auftauchen, damit dann genug Bier und Snacks und Kekse und so da sind. Genau, das war es schon und dann übergebe ich wieder an unsere Moderatorin. Dankeschön. Applaus 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 Applaus